HADOKEN! Ja, hey sehr und konnichiwa, hier ist wieder euer Kianu, zurück mit... Ähm, nein, es ist kein neues Projekt, vielmehr, ähm, es ist ne Challenge, ja, ähm, ich fordere, what the hell, was war das denn, 1, 2, 3, hä, was haben die Sterne zu bedeuten, ich weiß es nicht, vielmehr fordere ich euch, meine Zuschauer, heraus, mit Super Street Fighter 2 sind New Challengers gegen mich anzutreten, ähm, ja, was braucht ihr dafür, ganz einfach, Moment, ich zeige es euch mal kurz, BAMS, hier, ihr seht es, meine schöne, orange Maus, ähm, ihr braucht einmal, zack, hier, den Emulator, SITZNESS, wir sind 1.42, und das Programm Hamachi, ähm, mit diesem Programm können wir das auf, ähm, übers Internet spielen, hier, zack, netplayinternet, äh, zack, netplayinternet, das kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil ich den SITZNESS dafür nochmal neu starten muss, und da würde meine, äh, äh, Aufnahme einfach so kaputt gehen, naja, ähm, ich zeige euch einfach nur nochmal ein Kampf, so aus Spaß, ähm, ups, äh, zack, äh, okay, ich kann mit der Select-Taste runterwählen, sehr schön, ähm, ja, was würden wir dann, boah, man, bis ich es mir merke, was würden wir machen, natürlich hier in den Versus-Mode, dann, ich bin natürlich momentan nur alleine, deshalb kann ich hier nicht viel machen, ah, außer auch umspacken, ähm, hallo, ah, fail, Mist, jetzt muss ich tatsächlich Reset drücken, weil ich versehentlich jemanden gewählt habe, nein, das geht natürlich nicht alleine, Nun, aber ich würde euch, ähm, beziehungsweise ihr könnt, äh, mir in der PM schreiben, in YouTube, ey, Arschloch, ich fordere dich hier raus, ja, das können wir dann sehr, sehr gerne machen, ähm, ich, beziehungsweise ihr schreibt mir eure Skype-Adresse in der PM, und dann würde ich euch, äh, kontaktieren, und ich hab wieder Rü in Rot gewählt, ähm, ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit immer mit Rü spielen, damit ich mit, weil ich mit dem am besten klarkomme, ähm, ja, ich mach hier jetzt einfach mal ein bisschen was gegen den Computer, verdammt, Arschloch, das kann ich auch, und Drecksack, okay, bäbs, und bäbs, und ja, ähm, schreibt in der PM, wenn ihr Bock habt, gegen mich zu kämpfen, entweder macht ich euch übelsfertig, oder ihr macht mich fertig, ich werde das Ganze eventuell auch aufnehmen, sollte mein PC nicht ganz so rumspacken, vergiss es, Ken, sollte mein PC nicht ganz so rumspacken, und ich werde auch versuchen, eine bessere Leistung zu zeigen, als ich es jetzt hier in diesem Video tue, Stadam, weiter geht's, bam, bada, bam, 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 mest, jedes Mal, ey, eigentlich hatte ich vor, das euch in Street Fighter 4 PC-Version anzubieten, aber nun, das läuft auf meinem PC nicht ganz so schnell, wie ich es will, und ja, ich werde hier gerade von Ken übelst fertig gemacht, ähm, zack, und nochmal, Mist, ah, okay, ich werde von Ken wahrscheinlich, ich werde jetzt so fertig gemacht, wie ich wahrscheinlich von euch auch, egal, ähm, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann mit mir noch um die zu kämpfen, dann schreibt mir in YouTube eine PN, ich werde es mir natürlich gerne durchlesen, komm her, du Drecksack, ähm, kämpfen und sprechen gleichzeitig ist ein bisschen schwer, ich konzentriere mich gerade voll nicht, und nochmal, und nochmal, ich weiß, das ist jetzt die Arschloch-Taktik, aber nun, ich konnte mir diese Schmach nicht länger antun, ha, bam, so, kaputt, so würde ich natürlich nicht gegen euch kämpfen, das war ich nur gegen den Computer, ähm, dann schreibt mir in den PN mit eurer Skype-Adresse, ich, äh, hatte euch dann bei mir in Skype, äh, rede natürlich, kurz mit euch, hey, wann habt ihr Bock, wann habt ihr Zeit, wann habt ihr dies und jenes, und unser nächster Geschlecht heißt, wäre DJ, und, ja, sobald wir das dann fertig abgedreht haben, würde ich euch auch aus Platzgründen und der Übersichtlichkeitshalber wieder aus meiner Skype-Adresse löschen, außer wir würden noch mehr miteinander, äh, mehrere Projekte miteinander planen. Nein, verdammt, so, ah, verdammt, naja, äh, ich sag, ich hab's grad nicht mehr gefühlt, die Ankündigung steht, und, ja, ähm, ich find's schade, dass ich das nicht PC-mäßig anbieten kann, aber wie gesagt, ähm, während ich aufnehme, würde mein Laptop fast schnell stehen, und hier auf meinem PC, wo ich immer dran renn, da, und wo ich das hier gerade aufnehme, würde das überhaupt nicht richtig laufen. Ähm, ich würd mich freuen, wenn ihr sagt, ey, ich möchte mal mit dir ne Runde zocken, also, ähm, von mir aus kommt natürlich nix, ihr müsst dann schon zu mir kommen. Wah-Mood! Komm, ich schau noch das. Ah, ich wollte noch ein Perfekt rausholen. Naja, egal. Ich hoffe, dass ich dann besser bin, als das hier jetzt, und... Ja, you win! Ähm, dementsprechend, das war euer Keanu. Bis zum nächsten Mal!